Einen wundervollen guten Tag ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Python und wir machen uns heute einen kleinen Video Abspieler. Das heißt sowas wie eine Art billiges VLC Player mäßiges oder billiges Video Abspiel Tool eben. Warum würdet ihr sowas brauchen? Nun ganz einfach, es könnte zum Beispiel sein, dass ihr Videos abspielen wollt in einem eurer Skripte. Dass ihr zum Beispiel Dinge zeigen wollt oder irgendwas interaktiver gestalten wollt, zum Beispiel ein Text Adventure wird nur noch cooler, wenn ihr da zum Beispiel auch Videos abspielen könnt. Und ja, wie gesagt, ich bin großer Fan von Text Adventures, beziehungsweise generell auch davon sie selbst zu schreiben, weil ich das eine super Übung finde. Aber natürlich kann man damit alles mögliche machen. Ja, also ihr könnt das ganze Ding natürlich dann auch so aufbauschen sozusagen, dass ihr einen eigenen Media Player da draus gemacht habt und den hat sonst niemand außer euch. Also wenn ihr das wollt. Das Ganze ist sehr, sehr einfach zu machen und wir starten natürlich wie immer mit einer Bibliothek, die wahrscheinlich noch niemand von euch kennt oder zumindest ein paar werden sie nicht kennen. Schreibt mir gerne mal, wenn ihr das Ding schon mal gesehen habt. Und zwar Movie Pie. Wir machen ein Pip Install Movie Pie und das ist die Bibliothek, die eigentlich mehr kann als das nur, aber wir benutzen sie eben, wir zweckentfremden sie ein bisschen. Okay. Und normalerweise macht ihr mit Movie Pie sowas wie Schnittarbeiten, Croppen, Resizen, irgendwelche Dinge animieren kann man sogar damit machen. Das ist ziemlich mächtig eigentlich an sich. Könnt ihr gerne mal reingucken. Wenn ihr mehr zu Movie Pie wollt, sagt ihr mir auch einfach mal coole Projekte, die ich damit machen könnte. Aber in unserem Fall wollen wir einfach nur Videos abspielen und das geht wie gesagt sehr einfach und zwar frommoviepie.editor importieren wir uns alles erstmal. Und naja, wir brauchen auch noch irgendwie eine Oberfläche, wo wir das Ganze dann am Ende abspielen wollen und das machen wir mit Pie Game. Die können nämlich ganz gut zusammen, die beiden. Das heißt, wenn ihr Pie Game noch nicht installiert habt, braucht ihr natürlich auch noch Pip Install Pie Game. Das ist eigentlich mehr zum Spieleentwickeln. Damit haben wir zum Beispiel auch schon Tetris entwickelt. Kann ich euch gerne in der Endcard dann verlinken. So. Und ja, Pie Game, wie gesagt, Spieleentwickeln, super geil eigentlich. Wir brauchen jetzt eigentlich nur sehr, sehr wenig von Pie Game. Und zwar als allererstes sagen wir mal, wo Pie Game eigentlich angezeigt werden soll. Das ist irgendwie sinnvoll, weil ich mehrere Bildschirme habe. Das frisst tatsächlich eine von den vier Zeilen Code, die wir hier brauchen und zwar Set Mode. Wir wollen, dass es an 0,0 angezeigt wird. Und das heißt, wo ist quasi der Nullpunkt? Der soll bei mir an 0,0 sein und nicht irgendwie auf einem anderen Bildschirm. Das könnte bei euch jeweils anders sein. Dann als nächstes wollen wir Flag setzen. Brauchen wir eigentlich keine hier in dem Fall. Was wir allerdings setzen wollen, ist eine Tiefe und zwar 32. Braucht man nicht zwingend jetzt hierfür. Es bietet sich allerdings an, je nachdem, was ihr mit diesen Clips noch machen wollt. Und anschließend erstellen wir einfach diesen Clip. Wie erstellen wir einen Filmclip? Also wie laden wir eine Filmdatei? In unserem Fall wird das hier die Output.mp4 sein. Naja, wie machen wir das? Wir erstellen uns einfach ein Video File Clip. Ihr könnt euch auch ein Video Clip erstellen oder ein Composite Video Clip. Aber in unserem Fall wollen wir eine Datei importieren und die holen wir uns rein, indem wir quasi den Pfad angeben. Hier kann man natürlich auch das Ganze basierend auf irgendwelchen Parametern, die der User macht, machen. In unserem Fall wird das einfach hier eine Datei sein. Wie gesagt, die Skripte sind für euch da, dass ihr sie erweitert. Ist klar. Und wir wählen hier die Datei Output.mp4 aus, die ich mit einem anderen Skript erstellt habe. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Das war nämlich das Skript zum Screen Recorder, das wir gemacht haben. Und zwar Video File Clip Audio Slash Output.mp4. Das heißt, wir gehen in den Ordner Audio und dann eben Output.mp4. laden wir uns als Video File Clip hier rein, rufen dann aber direkt auf dem Clip, der da erstellt wird, eine Funktion auf, beziehungsweise eine Methode und zwar Resize. Wird euch erstmal nicht angezeigt. Also PyCharm erkennt nicht, dass Resize existiert, aber vertraut mir, Resize existiert. Und zwar, was wollen wir tun? Wir wollen das Ganze resizen auf 1029 mal, ups, mal 1000, mal 1080. Ihr könnt da auch irgendwelche komischen Werte eingeben, dann ist es halt verzerrt. In unserem Fall wollen wir es auf Full HD haben. Das heißt, der Clip, den ich hier aufgenommen habe, weil ich immer in 4K aufnehme, ist halt in 4K. Wir wollen das Ganze nur in Full HD sehen. Das heißt, das wird dann am Ende ungefähr so groß sein wie hier. Ja, und beachtet bitte, dass das ist wirklich nur ein Video, das fertig ist. Das ist nicht irgendwas, was ich tippe. Das sage ich euch auch gleich. Und dann können wir hier auch direkt sagen, Clip.preview. Wird auch euch angezeigt, dass es nicht existiert. Ah doch, erkennt es mittlerweile. Schön. Und ja, am Ende sagen wir einfach nur Pygame, beende dich mal. Das heißt Pygame.quid. Und das ist eigentlich schon alles, was ihr braucht, um das Ganze abzuspielen. Ich starte das jetzt mal und wir sehen es gleich hier. Bam, das ist das Video. Okay, ihr seht es hier unten, ist vielleicht noch ganz knapp mein Aufnahmeprogramm zu sehen. Und ja, das ist auch was völlig anderes. Das sehen wir hier an PyAutoGUI. Das war halt eben ein Screen Recorder Video. Und das wurde jetzt gerade abgespielt. Das haben wir, wie gesagt, hier mit aufgenommen. Und jetzt können wir es auch gleichzeitig noch abspielen. Wunderschön und eigentlich super simpel. Damit könnt ihr hoffentlich viel anfangen. Ich bin gespannt auf eure Projekte. Wie gesagt, die dürft ihr mir wie immer gerne schreiben. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.